Herzlich Willkommen bei den German Music News. Heute geht es um Bella B., den Ärzte-Schlagzeuger. Der wird nämlich sein erstes Buch rausbringen. Mehr dazu jetzt bei den Music News. Musikalisch hat man ja von den Ärzten schon lange nichts mehr gehört. Und jetzt gibt es News von Bella B., die in den literarischen Bereich gehen. Und zwar, unter dem Autornamen Bella B. Fersenheimer wird das Buch Scharnow veröffentlicht. Es spielt im fiktiven, gleichnamigen brandenburgischen Dorf nördlich von Berlin. Inhaltlich bekämpften Agenten eine Universalmacht. Ein geheimnisvolles Buch sorgt für Verheerung. Insgesamt interessant und Bella B. beschreibt es als eine Zustandsbeschreibung der deutschen Seele. Scharnow ist auch nicht der erste Ausflug des Musikers und Künstlers in die Literaturwelt. Er schrieb bereits das Vorwort zu der Lemmy-Kill-Mr. Biografie White Line Fever. Er hat außerdem beim Hörbuch gesprochen zu John Navin's Kill Your Friends. Und hat auch schon ein paar Kurzgeschichten veröffentlicht. Mit seinem Debüroban wird er auch auf große Lesetour gehen. Alle Termine findet ihr hier. Tickets für Bella B. kann man ab 22 Euro bestellen. Scharnow lässt sich auch bei Amazon schon vorbestellen. Den Link dazu gebe ich euch in die Beschreibung. Mit den Ärzten wird Bella B. viel unterwegs sein im nächsten Jahr. Das Trio spielt auf einigen Konzerten. Auf der Europatour zum Beispiel. Und in neun Tagen am 14. wird das unter dem Namen Seitenhirsch ein Gesamtwerk der Band in einer Sammelbox für 333 Euro veröffentlicht. Das enthält zusätzlich ein bisher nie veröffentlichtes englisches Album B-Seiten und diverse Outtakes. Am 16. kommt es. Das war's von den German Music News. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.